Da muss ich doch heute im Stahler Tageblatt lesen, dass die Frau Helfrich hier durchs Dorf gestriffen ist. Und was hat sie getroffen? Nur CDU-Leute, den Lütten Bösch und Frau Grajewski. Ja, der Lütte Bösch, das wusste ich gar nicht, der ist ein Global Player. Ja, ich bin auch ein Global Player. Ich war schon mal in Balje, ich kenne da sogar Leute. In Krummdeich bin ich früher oft schwimmen gegangen. Dann habe ich in Oederquart, da habe ich ganz oft gekegelt und gut gegessen. In Hammelwürden, da bin ich konfirmiert worden. In Wischhafen, da wohne ich jetzt. Und im Neulander Moor bin ich sogar geboren worden. Also eigentlich bin ich auch schon ein Global Player in Nordkeding. Und, achso, Freiburg habe ich ganz vergessen. Ja, in Freiburg. Was habe ich denn in Freiburg gemacht? In Freiburg habe ich schon mal Fußball gespielt. Allerdings gegen Freiburg. Und ich glaube, wir haben damals sogar verloren. Aber das ist ja nicht so wichtig. Jetzt möchte ich eigentlich nur, dass ich in den Samtgemeinderat gewählt werde. In den Gemeinderat gerne auch. Aber der Samtgemeinderat, das ist mir wirklich wichtig. Weil ich glaube, dass es schon notwendig ist, dass dann Gegengewicht gestellt wird zu den freien Wählern und auch zu der CDU. Und da möchte ich die Kollegen der SPD einfach ganz stark unterstützen. Würde mich freuen, wenn ihr mich wählen würdet. Danke. Danke. Danke.